hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal kennt ihr das problem homeoffice ihr sitzt noch gemütlich im schlafanzug vor der kiste und auf einmal gibt es einen video call vom chef was tun da kommt ein tool für expression camera wie gerufen damit könnt ihr fotos via webcam in echtzeit steuern und animieren also einfach ein foto von euch mit gekämmten haaren und mit anzug und krawatte ausgewählt und der arbeitstag ist gerettet da ich seit vielen jahren selbstständiger unternehmer und mein eigener chef bin hat mich an dieser kitechnik aber etwas ganz anderes interessiert kann man mit expression camera künstliche avatare wie zum beispiel mittels generativer kai wie mit ferney erstellt worden sind in echtzeit aufzeichnen bislang habe ich das immer mit tools wie did erstellt geht wunderbar damit aber natürlich nicht in echtzeit also auf zum test das ist die oberfläche von expression camp oben haben wir mein preview ich bin in der demo version und jetzt kann ich mir als erstes ein bild auswählen dann dauert es ein paar sekündchen und ich bin elon musk er könnte in diesem kleinen preview ganz gut verfolgen wie das mit der synchronizität passt drastische verjüngungskur mona lisa audrey hepburn wer braucht sie nicht und dann gibt es noch eine ganze reihe von fotos die nur für die pro version zur verfügung stehen das charmante ist ich kann meine eigene bilder hochladen ich habe das schon mal getan und zum beispiel mein eigenes gesicht hochgeladen oder ein bild was ich in einer ki generiert habe in mit journey in dem fall in der demo kann ich bis zu sechs fotos hochladen das machen wir mal mr barack obama oder angela merkel all diese bilder habe ich mit journey version 5 generieren lassen können wir mal wieder zurück auf den herrn obama hier oben findet man die settings relativ rudimentär man kann seine kamera auswählen und das war's mit dem kamera symbol kann ich eine videoaufzeichnung direkt vornehmen ladies and gentlemen i now speak to you as a former president of the united states dieses video kann ich innerhalb der software ansehen und herunterladen wunderbar was die synchronizität betrifft bin ich eigentlich ganz happy damit auch die gesichtsbewegungen werden prima übertragen lediglich die auflösung könnte natürlich besser sein es mag sein dass das mit der demo version zusammenhängt ich habe darüber leider noch nichts finden können auf der website von expression camera weitere features ich kann hintergründe ändern wer wollte nicht schon immer so einen hübschen fließen teppich als hintergrund haben oder einheitliche farben neulich im china restaurant und die üblichen patterns die man so kennt natürlich kann man auch hier seine eigenen files hochladen und dann gibt es noch vorgefertigte animationen ohne dass ich selber jetzt was tun muss kann ich meine figur nicken lachen oder mit dem kopf schütteln lassen oder happy birthday singen dazu nehmen wir aber passenderweise frau merkel ist eine frauenstimme ist es nicht schön das ist dann eher ein fall seinen mann wir nehmen keith urban all diese möglichkeiten bietet die expression camera in seiner app jetzt zeige ich euch wie man das in der videokonferenz einsetzen kann ich habe es zum geöffnet und kann in den video parametern auf expression kamera umschalten das erscheint dort wie eine usb webcam und somit kann ich mit dem ausgewählten avatar an videokonferenzen teilnehmen funktioniert überraschend gut und problemlos mein fazit der einsatz als webcam ersatz funktioniert verblüffend einfach und überraschend gut in der momentanen ausbaustufe ist die expression kamera allerdings noch kein ersatz für animation tools wie die it zwar kann man problemlos und einfach direkt videoaufnahmen erstellen diese sind aber von der auflösung her noch viel zu gering für die verwendung in videos außerdem ist der output mit wasserzeichen versehen vielleicht ist das in der kaufversion anders ich habe aber dazu noch keine angaben gefunden ich werde expression kamera auf jeden fall im auge behalten und künftige entwicklungen verfolgen vielleicht gibt's bald bessere auflösungen danke fürs zuschauen wenn es dir gefallen hat freue ich mich über ein like und ein abo wenn du lust auf mehr bekommen hast schau gerne mal bei der wolf films academy vorbei dort findest du den ultimativen online kurs für filmemacher von mir gibt's dort eine ganze menge material und zum beispiel die brandneuen kurse die filmmaking und streaming ich verlinke das ganze in der beschreibung bis bald wir sehen uns